Waffe zur Fixierung spezieller Zielobjekte. Eine Waffe des Aufklärungstrupps, der Aufklärungsregion, die neu entwickelt wurde, um bestimmte Titanen zu fangen. In den Läufen befinden sie sieben Metallrohre, die mit Wendedraht gefüllt sind. An beiden Drahtenden sind Spitzen befestigt, die aus beiden Seiten der Rohre rausschießen. Dabei soll eine Spitze einen Titanen treffen und die andere Spitze ziehen einen Baumstamm auf Lollon. Wenn diese Spitzen aus mehreren Richtungen abgeschossen werden, kann das Ziel bewegungsunfähig gemacht werden. Glauben wir gar nicht. Wenn jemanden am Boden festtackert, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Unglaublich, meine Damen und Herren. So, bevor es jetzt weitergeht, also die Nebenmissionen. Ich habe mir die jetzt mal ein bisschen angeschaut und mir ein bisschen angeschaut. Ich meine, ich habe zweieinhalb von den Stufen, die es da gibt, gemacht. Das ist... Mir fallen hier immer mehr Parallelen zu Monster Hunter auf. Egal. Ich habe mir halt ein paar davon angeschaut und ursprünglich habe ich mir gedacht, ich habe jetzt eine neue Waffen freigeschalten und die will ich jetzt auch dann bauen. Aber ab der zweiten, dritten Mission bei Stufe 3 habe ich dann gesagt, nein. Stufe 1 war halt stumpfes dahin töten, dahin töten, dahin töten, dahin töten, dahin töten, dahin töten und dahinten auch töten. Ungefähr zehnmal. Bei der zweiten war achtmal töten, zweimal was beschützen. Bei der dritten, da war A, Escort Mission und nirgendwo das töten. Das ist halt echt so stumpfes, es kommt einfach nur zum, wenn man es machen will oder Items farmen eben. Ich könnte jetzt ein Rapier bauen und so, äh, so versilberte Rapier bauen mit, ähm, mit einem richtig geilen Köcher und so ein Dingens. So eine Winde, aber das mache ich jetzt hier nicht, weil ich würde auch heute gerne nochmal penieren. Und fürs Let's Play ist das ziemlich langweilig, aber ich mache es auf Screen. Oh, das sieht nicht ausdrücklich, man. Ich finde, das ist richtig. Ich finde, wie ich es mit einem Titan, dann lasst das auf die Schnauze wunderval und dann die Schnauze wunderval. So eineher Chance kann die Schnauze wunderval. Und, ihr denkt, dass es ein Dingens setzt sich für Küche, Möglichkeit, dass es einen Steuzen gibt, die Schnauze ja schon sehr gut lagen und die Schnauze wunderval. Es ist egal, dass wir die Möglichkeit haben. Danke, Elvin! Wir müssen uns bereitstellen! Ja-hooo! Levi... ... dass diese Führung mit deinem Hand zu helfen. So, deine Einheit. Genau zwei Leute. Sag mal, woran liegt denn das jetzt neu? Hier ist er füllte Tannenfrei, muss ich sagen. Ja, natürlich. Ey, da bin ich gerade vor... Ey, wollt ihr mich verarschen? Hier war ich doch gerade eben. Schrägstrich, hier bin ich immer noch. Ja, nicht konzentriert, natürlich nicht. Ich hab ein bisschen Übung jetzt wieder. Ne? Ah, und ein neues Pferd, ein neues Pferd, Tobi auch. Ist jetzt blau. Warum? Weil wir was können. Ich hab ein neues Pferd, ein neues Pferd. Ich hab's nicht geholfen. Ich hab's nicht geholfen. Näher zu mir nicht. Ich hab's nicht geholfen. So. So. Und die Schwerter hab' ja... Äh, die Akrib auch gefühlte 80 Mal verbessert. Ich hab's nicht geholfen. 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 Da haben wir immer noch... Ah, löeber immer noch. Jetzt nicht mehr. Oh, das Pferd. Wo ist Roselantel? Was die Ante? Halt mal, da ist noch was dickes. Jetzt nicht mehr. Hinaus und hinein. Ja. Das ist bei der Minimap, regt mir am meisten auf, dass der... Das ist so verzögert, guckt hier. Warte mal. So was konnte ich überhaupt nicht leiden. Der Pfeil auf der Minimap, der zack in die Richtung, wo Levi schaut, nicht wo ich hinschau. Natürlich, wer immer das war, der könnte, der könnte ja schicken. Der braucht schon Messer, die ganz sind. Ach ja, ich habe eine neue Technik gelernt mit dem hier. Der beinhaltet... ...des Jahr. Das ist mal Waffenwechsel in meinem Geschmack. Beim Nahladen kannst du nur jemanden umnieden. Nein! Wir können hier die Wanne umsetzen. Moment! Wir werden die Wanne umsetzen. Wir werden die Wanne umsetzen. Wir werden die Wanne umsetzen. Ja, werden wir das. Wir werden das mal wiederppa- und... Wir werden die Wanne umsetzen! Wir werden die Wanne umsetzen. Wir werden die Wanne auch nicht gut gehen. Wer hat die Wanne umsetzen? Da haben wir eine Wanne umsetzen, die wir in der Wanne umsetzen. Wir werden die Wanne hüpfen, die ich nicht aufwassend machen kann. Ich weiß, dass wir das hier in meinem Herrn zurückbelassen, dass wir die Wanne umsetzen, nur in der Wanne umsetzen. Wir werden die Wanne umsetzen, dass man das oder zu viel zu vertreten kann. Es kann doch auch viele Nase. Ich muss den hier mitgeben oder nicht? Ich kann den Schaden machen, dass wir den mitnehmen müssen. Tun wir so als Regenpöder an der Angel, das müsste nur eigentlich funktionieren. Na? 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 Rennen doch nicht übergegen, du Pfeifel. Scheiß auf provozieren, das funktioniert so auch. Komm ran jetzt. Ey du wixer. Ey. 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 Könntest du wohl das auch mitnehmen oder was? Jetzt komm endlich mit, du blöder Sack. Na komm. Das ist immer was anderes. Ein Notfall, gucken wir wieder an dem drauf, machen mal den Kreisel und dann haben wir es wieder. Na? Hast du auch nicht Hunger? Na? Na? Fuck. Na? Na? Ich sehe heute die volle nicht. Oh hier, das rote. Oh hier. Oh hier. Sag mir, ich bin richtig, mir geht langsam das Gas aus. Ja dann fang ihn! Wann ist das passiert? Ja. Ja. Artig und Boden festgetackert. Ich stelle nicht dumb. Oh hier. Boah, es ist alles. Oh hier. Oh hier? Oh hier. Oh, hier! Zhuo hier Oh hier estouпри violert. Oh hier! Ich freue mich. Aber Moraten, das ist unser nächster Kandidat. Ja, ja. Also, ich könnte sagen, nicht ganz, nicht ganz. Ich bin schneller als mit dir. Wow. Okay. Äh, ja. Mein Hals kotzt aufs immenseste. Das ist richtig schön. Oh, das war ein Fehler. Ne, war es nicht. Hau aber zwischendurch die Bremse rein. Bei dem brauche ich nie mal die Nummer mit dem Haken. Du stehst doch überhaupt nicht gefährlich oder so. Ne? Ah, hier ist es. Ich habe es gefunden. Wieso, da steht ja noch gar nicht. Das ist immer noch unglaublich. Gefangen nehmen. Ja, da tobt ja alles mit denen. Ja, natürlich sind sie nicht transportfähig. Wieso? Ja. 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 Wenn ihr was, wenn ihr was gemacht habt heute, dann seien das Titanen töten, ne? tausendert und waffen freigestellt ich habe jetzt alle waffen freigestellt die man haben kann ich muss jetzt nur bauen ich weiß immer noch nicht worum die nummer liegt dass das nicht mehr zählt ich weiß nicht worum das liegt ich weiß einfach nicht nur bei den ganz klaren funktioniert es nicht mehr richtig ich möchte mal kurz erwähnen die betitelung war die klaren die sich nähern den letzten mal stylisch letzten mal stylisch ist wieder so klar natürlich bei denen funktioniert es nicht mehr den großen schon hätte größere messer wird ja auch größer reichen damit der scheiße wie ich merkte gibt es auch so katana messer die sind komplett unrealistisch aber schauen doch irgendwie gar aus so als wäre das bekommst du neueres nein die wohl nervigsten in dem ganzen spiel bisher ich sehe mich nicht aber ne es ist ja nicht zu fassen voll mehrere dörfern das ist ja richtig angenehm ja das zählt nicht ne also die klingel ist beschädigt neudon ja dr ja 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 Das war's. Meine Jüde. Ich sehe schon keinen normalen großen Abnormalen mehr. Das ist ganz was Spezielles. Das ist auch Hüpppanzer-Scheißviecher. Das ist ein Drei-Scheiß-Scheiß. Ich würde es über die Fülle haben. Ich habe es ein Drei-Scheiß. Sie waren sehr nahe. Wenn mich nicht mehr über das Kind alles besitzen, ich muss es einen schönen Tag geben. Ich glaube. In einem anderen Ort, ein Tier der Menschen zu essen. Das war's für heute. Das ist die Alter leicht bescheuert, das haben wir inzwischen auch geklärt. Aber sympathisch. Ist das dabei, was ihr braucht für die geilen Messer? Schade, es kommt wahrscheinlich viel später, wenn es überhaupt hier kommt. Ich hoffe die Items vom normalen Modus werden in den Aufklärungsmodus übernommen, so soll ich dann ein Problem auf Dauer. Ja, Pferde hatten wir glaube ich auch schon mal. Egal. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich bin inzwischen komplett draußen, ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt aus Storytechnisch als nächstes kommen müsste. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Hölz tut weh. Tschüss.